Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die nächste Frage ist, darf ich Nike kaufen? Oder andere Marken, die etwas Ähnliches sozusagen aussagen würden. Und das hat sich natürlich verbreitet durch eine Fata, die sich da ergeben hat. Aber grundsätzlich, wenn man schaut und die Mehrheit der Gelehrten diese Sache fragt, ist das kein Problem. Weil es gibt viele andere Dinge, die ihr kauft, die ihr benutzt. Und ihr wisst gar nicht, wo ihr Ursprung ist. Und deren Ursprung ist genauso wie bei Nike, angebliche Ursprung natürlich. Aber der Ursprung oder der Name auf eine Sache, die man normalerweise erlaubt ist, wie zum Beispiel Schuhe, Kleidung und so etwas, das macht diesen Gegenstand nicht als Haram. Das muss man sich merken, inshallah. Also wenn da irgendeine Marke drauf ist, durch diese Marke, die auf das Teil kommt, wird der Pulli, der T-Shirt, die Schuhe, die Socken, die werden nicht dadurch Haram. Deswegen ist das kein Problem, inshallah, das zu tragen.